Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist schon angeklungen, immer wieder wird ein Teil auch an Flüchtlinge die Erwartung formuliert, dass sie sich während ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur anpassen, sondern nachhaltig integrieren mögen. Und eines der größten Hemmnisse besteht regelmäßig darin, dass sie aufgrund ihres ungesicherten Aufenthaltsstatus, aber auch wegen zahlreicher anderer Gründe, nicht so ohne weiteres um Arbeit bemühen können. Das heißt, bemühen können sie sich, aber es gibt dann zahlreiche Hindernisse. Dabei ist erwiesen, dass die Möglichkeit, einer Arbeit nachgehen zu können, am nachhaltigsten integrierend wirkt. Die betroffenen Personen sind im positiven Wortsinn dazu gezwungen, sich in einem Team einzuordnen und dabei die deutsche Sprache im täglichen Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen zu nutzen und auch zu vertiefen. Warum dies so ist, beschreibt ein Satz, den ich neulich las. Zitat, man kann sich nicht in eine Gesellschaft integrieren, wenn man nur Kontakt zu Menschen hat, die in diese Gesellschaft genauso wenig integriert sind, wie man selbst. Zitat Ende. Für die These, dass soziale Teilhabe über Arbeit am nachhaltigsten integrierend wirkt, spricht auch eine gute Integrationsquote. Die Einreicher der Online-Petition »Recht auf Arbeit, Bleiberechtsnetzwerke erhalten« geben im Petitionstext an, dass bundesweit jeder zweite Teilnehmer erfolgreich in Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse vermittelt werden konnte. Folgerichtig fordern sie Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen auf, eine aktive Arbeitsmarktpolitik auch für die Zielgruppe der Flüchtlinge über das Ende der Förderperiode hinaus zu ermöglichen. Den individuell sehr unterschiedlichen Anforderungen haben sich in unserem Land in den vergangenen fünf Jahren verschiedene Träger aus den Bereichen Flüchtlingsarbeit, Bildung, Personaldienstleistung und Wirtschaft gestellt. Im Jahr 2008 entstand so das Netzwerk »Arbeit für Flüchtlinge«, das vom Verbund für Soziale Projekte hier in Berlin, kurz VSP, koordiniert wird. Das Ziel des Netzwerkes ist mit dem Aufzeigen neuer Wege bei der Nutzung interkultureller Chancen für die jeweilige Region umschrieben und darauf gerichtet, ausländische Arbeits- und Fachkräfte dauerhaft zu integrieren. Das Netzwerk unterstützt Bleibeberechtigte und Flüchtlinge bei der beruflichen Qualifizierung, Sprachförderung, Stellensuche, bei Bewerbungen, bei Vorstellungsgesprächen und bei der Suche nach Praktikumsplätzen. Dazu kommen Fachkonferenzen und das Projekt »Flüchtling für einen Tag«, welches auf der Insel Kaninchenwerder hier in unmittelbarer Nähe des Schlosses am 6. Juni bereits zum vierten Mal stattfinden wird. Finanzielle Basis für die Aktivitäten der Netzwerker waren bislang ESF-Bundesmittel sowie das Xenos-Sonderprogramm »Arbeitsmarktliche Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge« ausgestattet mit 47 Millionen Euro. Ergänzt wurde diese Summe durch Komplementärmöglichkeiten der Mitte des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in Höhe von 29 Millionen Euro. Da die ESF-Förderung zum 31.12. endet und die Bundesregierung eine weitere Förderung nach den uns vorliegenden Informationen nicht mehr vorsieht, ist die Fortführung der Maßnahmen, das klang schon an, akut gefährdet. Denn ohne wirkliche Kompensation durch andere Programme würde ein mühsam aufgebautes, funktionierendes und erfolgreiches Projekt eingestellt werden müssen. Und ohne Hilfsangebote werden folglich die Erfolgsaussichten für eine nachhaltige Integration der Betroffenen durch Arbeit deutlich schlechter. Die Bundesregierung, da gucke ich mal zum Kollegen Renz, sieht das wie folgt. Ich darf aus einem Schreiben des BMAS zitieren, das uns auf meine Anfrage hinzugegangen ist. Zitat, im Hinblick auf die neue ESF-Förderperiode nach 2014 ist zu bedenken, dass sich ein erheblicher Rückgang der Strukturfondsmittel für Deutschland abzeichnet. Es ist daher nicht beabsichtigt, das ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge in der ESF-Förderperiode 2014 bis 2020 fortzusetzen. Zitat Ende. Angesichts dieser Ausführung ist die Sorge derer, die in den vergangenen Jahren zu diesem Thema eine wertvolle Arbeit geleistet haben, für meine Fraktion absolut nachvollziehbar. Und das sahen offensichtlich auch die Integrationsminister der Länder so, die auf der achten Integrationsministerkonferenz vom 20. und 21. März 2013 in Dresden unter Top 5.6 folgendes beschlossen haben. Ich darf auch das zitieren. Die für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister sowie Senatorinnen und Senatoren begrüßen die aus dem ESF-Bundesprogramm für die arbeitsmarktliche Integration von Flüchtlingen entstandenen Strukturen und Hilfsangebote und bitten die Bundesregierung mit Blick auf die ESF-Förderperiode ab 2014 die Fortführung des Programms zu gewährleisten. Zitat Ende. Das Bundesministerium ignoriert jedoch nicht nur diesen Beschluss. Es sieht in der Einstellung des ESF-Programms offensichtlich auch kein Problem. In bereits besagtem Antwortschreiben auf meine Nachfrage heißt es weiter. Zitat Daraus ergeben sich für die betroffenen Personengruppen jedoch keine Nachteile. Die Verbesserung der sprachlichen und beruflichen Qualifizierung von EU- und Drittstaatsangehörigen wird weiterhin unterstützt und künftig neben Angeboten der Regelförderung insbesondere über die geplanten ESF-Programme für die Anpassungs- und Nachqualifizierung sowie die berufsbezogenen Sprachförderangebote für Migrantinnen und Migranten gewährleistet. Zitat Ende. Oberflächlich betrachtet klingt dies gut. Allerdings nimmt das Bundesministerium keinen Bezug auf den tatsächlichen Inhalt und die Zielstellung des Förderprogramms, was jetzt ausläuft. Denn dort heißt es, ich darf auch das nochmal zitieren, gefördert werden Netzwerke auf lokaler und regionaler Ebene unter Einbeziehung der Arbeitsgemeinschaften und der zugelassenen kommunalen Träger, um möglichst vielen Begünstigten zu einer auf Dauer angelegten Erwerbstätigkeit zu verhelfen. Die miteinander vernetzten Beratungsstellen sollen unter anderem in Zusammenarbeit mit Unternehmen durch berufsbegleitende Qualifizierung den Beschäftigungserhalt der Zielgruppe sowie deren Verbleibsaussichten auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Ziel ist gleichzeitig, die Inanspruchnahme von Sozialleistungen zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Zitat Ende. Auch hierzulande können sich die Erfolge der Netzwerkarbeit durchaus sehen lassen. Nach Aussage der koordinierenden Stelle VSP wurden bei uns in den vergangenen fünf Jahren mehr als 700 Menschen betreut. Jede bzw. jeder Fünfte konnte in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt integriert werden. Meine Damen und Herren, das sind also immerhin 140 Frauen oder Männer, teilweise Mitfamilien, die dadurch eine berufliche Perspektive erhalten haben. Meine Fraktion stimmt folgerichtig dem Grundanliegen des vorliegenden Antrags zu. Auch wir wollen, dass Flüchtlingen weiterhin Wege eröffnet werden, sich über Sprachförderung, Ausbildung und Arbeit in unserem Land nachhaltig integrieren zu können. Das CDU-geführte Bundesministerium von Frau von der Leyen verweist in seiner Antwort darauf, dass ja die Bundesländer die Möglichkeit hätten, eigene Förderprogramme für Flüchtlinge aufzulegen. Da frage ich mich natürlich, was denn nun? Entweder gibt es einen Bedarf für ein solches Sonderprogramm, dann sind alle Ebenen in der Verantwortung oder es gibt ihn eben nicht. Aus meiner Sicht ist das ein Davonstehen aus der Verantwortung, ein Wegschieben der Verantwortung auf die Landesebene. Dies gilt vor allem, wenn man sich anschaut, welche anderen Förderprogramme der Bund gerade plant. Angebote der berufsbezogenen und der allgemeinen Sprachförderung, der Kommunikation am Arbeitsplatz oder des Lese- und Schreibverstehens im Arbeitsprozess sind sicher sinnvoll, setzen jedoch voraus, dass die Betroffenen bereits auf einen Ausbildungspraktikums- oder Arbeitsplatz vermittelt werden konnten. Die Qualifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund im Kontext des Anerkennungsgesetzes gemeint sind, modulare Angebote mit dem Ziel einer qualifikationsadäquaten Arbeitsmarktintegration sind sicher auch ein richtiger Ansatz. Ob sich das Angebot jedoch auch an Flüchtlinge richtet, ist aus den derzeit vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich. Und auch die bisher bekannten Rahmenbedingungen des offiziell als Xenos-Nachfolger geltenden neuen Projektes ISA, Integration statt Ausgrenzung, lassen diese Frage ausdrücklich offen. Zu lesen ist lediglich das Projektverbünde in Deutschland gefördert und betriebliche Partner ausdrücklich einbezogen werden sollen. Die Träger der Maßnahmen sehen jedenfalls in diesem Programm keinen adäquaten Ersatz. Sie befürchten im Gegenteil, dass die Zielgruppe der Flüchtlinge aus allen ESF-Bundesprogrammen herausfällt. Auch das können Sie der schon mehrfach angesprochenen Online-Petition entnehmen. Vor diesem Hintergrund beantrage ich namens meiner Fraktion die Überweisung des Antrags in den Sozialausschuss. Denn wir sollten darüber diskutieren, ob die angesprochenen oder andere geplante Bundesprogramme eine tatsächliche Kompensation für die Zielgruppe bedeuten. Aus meiner Sicht führt das Ergebnis einer solchen Bewertung dann auch automatisch zur Frage nach der Notwendigkeit und natürlich auch den Möglichkeiten einer landesseitigen Kompensation. Werte Kolleginnen und Kollegen, erst auf der letzten Landtagssitzung haben wir den Antrag für eine Willkommenskultur in Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet. Wir waren uns einig darüber, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt für die hier lebenden Migrantinnen und Migranten ein ernsthaftes und ein notwendiges Anliegen ist. Von daher sollten wir hier, wo offensichtlich ein Problem existiert, auch verantwortungsbewusst handeln. Ich werbe also nochmals für eine Überweisung. Falls dieses Ansinnen keine Mehrheit findet, werden wir dem Antrag der Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 die Grünen natürlich zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.